Film, Film Das bringt doch nichts. Du sagst immer, das bringt doch nichts. Gib doch nicht immer so schnell auf. Sei doch bitte einmal vernünftig. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Manchmal muss man eben auch Dinge tun, die im ersten Moment unvernünftig erscheinen. Dem Herzen folgen, weißt du? Wir gehen das jetzt noch ein letztes Mal logisch durch. Du liebst sie, aber sie liebt einen anderen. Ende der Geschichte. Aber manchmal muss man doch auch für die Liebe kämpfen. Das wäre doch logisch, oder? Erzähl mir bitte nichts von Logik. Du bist doch nur ein Traumtänzer. Das perfekte Beispiel dafür, dass Liebe blind macht. Ihr kotzt mich an. Immer dieselbe Diskussion mit den abergleichen Argumenten. Sei doch vernünftig, aber ich liebe sie doch. Bleiben wir realistisch. Nicht auszuhalten. Ihr macht mich echt wütend. Ihr seid zum Kotzen, seid ihr. Aber blinde Wut hilft ja auch nicht weiter. Dann verprügeln wir sie. Aber ich liebe sie doch. Dann verprügeln wir ihn. Na, das ist ja jetzt Quatsch. Stimmt. Wir sollten sie einfach beide verprügeln. Und du glaubst wirklich, dass du es mit zwei aufnehmen kannst? Ein bisschen Angst habe ich schon. Feigling, wir sollten erst mal dich verprügeln. Hier wird niemand verprügelt. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Gewalt war noch nie eine Lösung. Da sind wir endlich mal einer Meinung. Und in Wirklichkeit mag er dich. Wirklich? Nein! Hallo! Na, was macht ihr? Darf ich mitspielen? Hier wird nicht gespielt. Hier wird diskutiert. Das ist nichts für dich. Na, dann schau ich euch nur zu. Ich könnte ja auch ein Lied schreiben. Oh ja! Und ich könnte ja ein Bild malen. Und wenn es hier nicht gefällt? Ich finde, wir sollten es lieber sein lassen. Ich will nicht verletzt werden. Ich bin der Einzige, der hier sinnvolle Vorschläge macht. Oder fällt euch etwas Besseres ein? Also ich finde, jeder sollte einen Vorschlag machen. Was hast du zu sagen? Ich finde, dass... Bisse! Du hast nicht den Redeball. Man darf doch nur reden, wenn man den Redeball hat. Hier. Der nervt doch, oder? Der nervt doch! Doch, wieso unterhalte ich mich eigentlich noch mit euch? Ich sag euch was. Ohne euch wäre alles viel einfacher. Telefon! Jetzt ist es so ein bisschen zu spät. Geht bitte ran! Das ist sie, das ist sie, das ist sie! Ey, könnte endlich mal jemand von euch kennen das? Höre die nach unten! 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 Hey, hallo! Geht doch dran! Kommt einfachashi kurz! Untertitelung des ZDF für funk, 2017